Ja, ich bin drin. Und es weckt auch nicht. Dann komm ich hin. Und da sind sogar viele Sachen drin, Alter. Warum haben wir die nicht mitgenommen? Wahrscheinlich war unser Invertrag. Wie steht es eigentlich um euren Pick-Zombie? Um euer Pick-Zombie-Haustier? Der ist weg. Der Günther. Ich glaube, Günther oder wie hieß der? Ach, nicht so wichtig war bloß ein Pick-Zombie. Aber der ist auf jeden Fall weg. Ich glaube, dass die nämlich nicht durchs Portal kommen. Tiere können nämlich nur durchs Endportal, glaube ich. dass ihr einfach in der Nähe des Portals spawnt euch ja richtig viel Geister. Boah, Alter. Im Hintergrund läuft gerade Pflanzen gegen Zombies-Soundtrack. Ah, der ist cool. So, in welche Richtung gehen wir jetzt? Theoretisch müssen wir uns doch genau in die andere Richtung jetzt beurteilen, oder? Na, wo seid ihr denn jetzt? Na, stehen hier rum. Du stehst in der Hand und ich stehe vor Keks. Okay, es hat gerade ein bisschen gedauert bei mir. Wir sind hier. Hier müssen wir in den Gang. Also einfach alle hier folgen. Mit der Hölle ist es immer so ein bisschen so eine Sache. Seid ihr jetzt schon hinter mir gewesen? Oder immer noch? Also ich stehe vorne rum und irgendwie steht die beiden auf der Stelle. Ja, bei mir nämlich auch. Das ist nämlich bei mir nämlich dann auch das Problem. Ähm, ich mach das auch mal ganz kurz. So. 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 Warum bewegt ihr euch? Also ich bin jetzt draußen und wieder drin. Hölle ist immer ein bisschen Problem, weil es sind ja dann zwei Welten. Aber da kommt der nicht mit klar. Wir hätten vielleicht alle gleichzeitig reingehen sollen. Sehr gut. Äh, jetzt hänge ich im Block drin. Na super. Ach so, Erich, du baust gerade ab, ne? Jetzt stehe ich hier rum. Ja, stehe ich auch. Ja, jetzt seid ihr wieder beide da. Okay. Cool. Ja, jetzt bewegt ihr euch flüssig. Also kommt mit. Wir müssen hier lang. In welche Richtung? Hier. Hier. Ja. Hier sind wir runter und haben uns dann hier runtergebuddelt. Aber in die Richtung waren wir doch schon. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die andere, wo noch die Hölle nicht so weit generiert ist, oder? Ja, na dann würde ich sagen, dass wir nach rechts gehen hier irgendwo. Uns rechts halten. Da waren wir noch nicht. Oh, da sind zwei Ghosts. Und die pennen nebeneinander. Die pennen nebeneinander. Kommt mal her. Oh, oh. Nein, wir schießen. Aha. Oh, ich hab ein Headshot. Ich bin ja doof. Ey, ne, die sind da eingeklemmt. Die kill ich, Mann. Wir brauchen Geistertränen. Die kill ich, diese verdammten Wasser. Das hört sich nicht nach Penn an. Nein, das hört sich wirklich nicht nach Penn an. Ey, du bremst. Aber die sind eingeklemmt. Ja, die sind eingeklemmt. Scheiße. Aber die, ich hätte keinen Rückstoß haben dürfen. Oh, jetzt. Ja, Mann, der hat alles gegeben hier. Ja, ich hab's eingesammelt. Wehe, du gehst drauf. Quatsch. Ich hab ne Rüstung. Ja, geil. Und toll. So, Jona. Episch. Ab hinterher, würde ich sagen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Rücksicht. Ohne Rücksicht. Die sind noch nett zu uns. Ich hör immer noch. Hab ich nämlich auch gedacht, aber das ist das alles hier noch nicht. Ist da hinten ne Festung? Das ist ein bisschen seltener. Ja, aber okay. Naja, das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach zu finden, dieses schöne Quarz. Naja. Wie heißt das eigentlich? Es ist ja, na Quarz. Es ist ja auffällig. Naja, so nicht, weil es sieht aus wie ein Netherwake mit ein paar weißen Streifen drin. Ja, naja, aber das sieht man ja eigentlich, oder? Also... Eigentlich schon, ja. Eigentlich denke ich auch, dass man es sehen soll. Oh, 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 Feuer. Ah, nice. Oh, da kommt ein Geist. Da ist es, da ist es. Hannes, dreh dich um, da ist welches. Warte. Hm. Ja, stimmt. Ja, da ist welches. Sehe ich es auch. Doch, das ist auffällig. Ja. Okay. Ey, cool. Kann man es auch mit Stein abbauen? Ich probiere es lieber nicht. Das weiß ich nicht. Mit Eis geht es richtig easy. Oh, wie viel hast du denn davon bekommen? Also ich habe jetzt eins davon. Ich habe sechs. Okay. Oh, äh, geht weg. Wir werden jetzt hier angesürfen. So, cool. Wenn wir schon dabei sind, ich schaue euch noch ein bisschen Blows drauf. Oh, Gott, Alter. Guck mal, ich habe mich jetzt hier auf die Schwelle gestellt. Oh, oh, weg, 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 weg. Oh, hier ist eine Festung. Da ist noch mehr von dem Zeugs. Oh. Da ist noch mehr Stein. Ich bin jetzt hier auf der Brücke. Weiß auch nicht, warum. Warum bin ich jetzt hier hingegangen? Weil es ist über uns. Das Quarz ist richtig geil. Und ein riesen Lavasee da unten. Und da ist noch mehr Quarz. Ich sehe es von dir. Na, immer mit damit. Immer mit damit. Ja, wir wollen ja schöne Säulen haben und so. Ich sehe hier noch vier davon. Scheiße. Aber ich weiß nicht. Vorsichtig. Alter. Ja, wir sind gerade... Nein, nein, nein. Alter. Gut, ich lebe noch. Ich habe einen halben Stack Glowstone mit. Warte, komm mal mit. Komm mal mit. Ja, guck. Guck hier. Da unten. Da, da, da. Oh, alles voll. Oh, da ist auch ein Ghost. Also ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich auch nicht, wie alles gesagt. Ich finde es geil, wie die einfach mal in den Lavaströmen waren. Oh, nein. Nein, wo? Was? Wo? Oh, und ich hatte so viel Zeugs dabei. Direkt unter dem Anfang der Brücke. Unter dem Anfang der Brücke? Oh nein, und ich habe noch gar kein... Ich habe noch gar kein Bad. Und ich habe um die zwölf von diesem Zeugs. Scheiße, oh, oh, ich auch. Oh, oh, nein. Scheiße. Ich habe um die zwölf Dinger von dir, oder? Ja, ich habe auch. Und ich bin... Der hat mich abgeschossen. In dem Moment falle ich runter. Ich hatte über viel Ernst dabei. Und, und, links. Ja. Oh. Und kannst du mir ein Bett machen direkt? Äh, ich glaube, wir haben nur so viel Wolle, wie wir brauchten. Viel mehr Wolle haben wir gar nicht. Nee, ne, irgendwo habe ich noch einen einzelnen Blöck gesehen. Und oben steht auch noch ein Bett. Das bringe ich dann nächstes Mal mit runter. Und hier, jetzt komme ich gleich wieder. So, wo sind eure Items? Nachgedacht. Also, Hannes habe ich ja gesehen. Direkt unter der Brücke. Äh, Jonas, deine... Du musst unter der Brücke, du musst... Hör mir doch mal zu. Das ist ganz gute Zeug, ey. Ich weiß, unter der Brücke. Das ist nicht sein, so. Unter der Brücke, unten, direkt unten, ganz unten. Na super, wie komme ich denn da hin? Ja, habe ich auch so gedacht. Äh, wo sind wir denn dann langgelaufen hier? Ich weiß nicht mehr, wo ihr seid. Na, durch die Hölle. In die Hölle rein und dann nach rechts. Oh, das ist ein Magma-Slime. Oh, die fackeln hinterher. Oh, hier sind keine mehr. Genau, ich habe überall fackeln gemacht eigentlich. Ja, gerade eben waren ja auch noch welche, aber jetzt nicht. Ach, da. Ich sehe aber dich. Das sollte ich sagen. Ja, hier weiter eben alles. Oder wir sind hier runter. Wir sind hier lang, komm. Also, ich bin schon auf dem Weg nach unten. Okay. Da ist mein ganzes Zeug dabei. Oh, ich sehe auch Erfahrungspunkte, ja. Du bist allein. Also, ihr müsstet sehen, ich habe dann erstmal ein kleines Kabelstone-Häuschen gemacht, in dem man vor Geistern sicher ist, falls die nochmal angreifen. Ja, ich habe es gesehen. Ich bin halt ein Angsthase. Ich weiß. Und dann, in Richtung Brücke habe ich irgendwo, habe ich es dann angefangen nach unten zu buddeln. Dürfte man eigentlich sehen. Wow. Bist du schon unten? Ja. Bist du schon unten? Ja, Hannes ist ja auch schon unten. Das letzte bisschen ist mein Gefallen. Alter, ich habe noch anderthalb Herzen. Ich auch. Und ich habe alles. Ich fresse erstmal was. Okay. Du hast alles? Deine Sachen auch. Nachgedacht über alles, was... Na, aber nicht komplett. So, jetzt habe ich die auch. Alter, anderthalb Herzen. Das ist nichts sein soll. Scheiße, man kann sie... Nein, okay, man kann sie doch mit Steinen auch abbauen. Du bist allein. So, meine Sachen bitte. So, warte, hier. Oh, scheiße, ich glaube, die Hälfte der Rüstung ist weg. Hast du meine, Erik? Äh, ich habe Füße für dich. Die waren auch... Ja, unten eine Picke und ein Schwert habe ich. Und das Picke, ja, Schwert. Danke. Äh, verdammt nochmal. Hast du die ganzen Erze, die ich gemacht hatte, Erik? Ähm, ich habe... Äh, ich glaube, ein Quarz hatte ich von dir aufgenommen. Genau, hier ist nochmal... Eins nur? Hier ist richtig viel jetzt. Aber hier unten ist noch eine ganze Menge. Boah, der überall guckt mal da an der Seite. Naja, das können wir ja auch in der nächsten Folge dann abholen. Pilze! Wir müssen Pilze anbauen. Äh, das ist richtig geil. Das hatten wir schon vor. So, gibt es hin noch was? Also. Braucht noch jemand Schuhe von euch? Das machen wir dann in der nächsten Folge. Jonas, brauchst du noch Schuhe? Warte, warte, Jonas, warte. Hä? Wieso? Folge, ey? Schuhe. Na, also ich muss jetzt ausmachen. Achso. Da unten liegen wir. In dem Loch drin. Gucken noch so, wie lange... Alter, überall Quarz. Überall, wohin man guckt. Und ein Geist. Okay, das reicht für mich wieder. Okay. Na, wir battlen beim nächsten Mal dann da. Against the Ghost. Against. Against the Ghost. Da oben liegt noch, da oben liegt noch, wo ich... Ich bin gestorben, bin da. Da ist noch... Ernst. Oh ja. Oh, so viel Ernst. Ich hab mein ganzes Ernst. Okay, das ist schön. Nein, nein, das schießt schon wieder. Nicht in die Lava fallen, bitte. Gut. Also, Zombie-Pickness. Dann würde ich sagen... War's das für dieses Mal. Pass auf, dann runter ist direkt Lava. Nicht rausstellen und abbauen. Ja, 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 ich sehe. Äh, warte. So, und fällt er runter. Ja oder nein, das alles sehen wir in der nächsten Folge. So soll es sein. Scheiße, das weiß ich nicht. So, so soll es sein. Pass auf, du wirst voll abgeschossen, Jonas. Komm da weg. Ich weiß, ich weiß. Schlag die Dinger zurück. Ihr könnt die zurückschlagen. Guck ich. Nee, das ist zu schlecht, der Pink ist zu schlecht, ja. Ah, ich hab getroffen, bam. Okay, hier machen wir ein Cut und dann tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.